Hallo ihr Lieben, ich weiß ja, dass ihr auch ab und an diese schnellen, einfachen, aber eleganten Karten mögt. Und das machen wir heute, denn Mona hat mal wieder nicht so viel Zeit, meine Güte. Aber ich habe schon alles soweit vorbereitet. Wir brauchen... Ich habe jetzt diese Farbkombination. Ihr könnt das natürlich wieder so machen, wie ihr das möchtet, aber so weiß-braun, hellblau ist immer ganz, ganz hübsch. Also Kartenrohling... Ach, jetzt darf ich mich hier in die Fliege. Kartenrohling in so einem hellblau. Die Mattung ist in einem Kraft. Ich habe leider nichts anderes mehr da. Ich hätte eigentlich lieber gern so wie sowas wie Savanne gehabt. Ihr wisst, was ich meine. Und dann noch ein Stückchen weiß, wo wir drauf stempeln können. So, und das sieht dann so aus. Das werden wir dann zum Schluss zusammenfügen, denn ich würde sagen, wir stempeln erstmal eine Runde, machen uns so quasi ein bisschen den Hintergrund. Man nehme ein Schmierblatt, beziehungsweise eine Unterlage. Und ich habe mir Kleckse rausgesucht, und da sind ja schöne in diesem Set hier drin. Frühlingsskizzen. Ne, stimmt das jetzt? Ich weiß es wieder nicht. Ihr findet es unten in der Infobox, weil ich vertausche ja manchmal die Tüten. Das ist ganz komisch. Aber ich mag diese Kleckse sehr gerne. Und dann noch aus diesem Set hier. Ich habe nämlich so kleine Blumen gesucht. Und habe sie in diesem großen Set gefunden. Und das ist moderne Jubiläumszahlen 2 Teil 2. So kann sein, dass uns gleich Schnucki beerrt. Der sitzt da und zwinkert mir zu. Ja, mal gucken. Hier oben. Dieses Blümchen möchte ich gerne haben. Das hole ich mir mal eben raus. So, ich habe mir jetzt mal alle Kleckse auf die Stempelblöcke gezogen. Mal gucken, welche ich dann verwende. Und hier ist das kleine Blümchen. Auch kennt ihr das, wenn man sich was unter den Nagel rammt? Och, das tut weh. Aua, aua, sie leidet. Also, ich möchte jetzt hier quasi mittig einmal so Kleckse verteilen. Und ein paar Blümchen. Gut, die Blümchen könnten auch so ein bisschen ausscheren. Wir schauen mal. Ich habe mir jetzt von den Oxiden das Pumis-Stone rausgeholt. Ich hoffe, das ist ein guter Braunton. Also einmal Punkte hier hin. Da brauchen wir nicht groß aufpassen. Oh ja, das sieht gut aus. Und einmal andere Seite einmal drehen. Machen wir sie auch nochmal hier hin. Nehme ich mal hier diese kleinen, diesen kleinen Strang. Den packen wir hier hin. So. Also Pünchchen muss man wirklich nie aufpassen. Da kann man ja hier willkürlich irgendwo was hinsetzen. Dann kann man da an die Seite noch welche packen. Hier. So. Und hier vielleicht noch rein. So. Dann habe ich hier noch diesen langen Strang. Mal gucken, habe ich den noch irgendwie mit eingefädelt gekriegt? Hier so, dachte ich mir. Leicht. Ach komm, was soll's. Einfach rein. So. Jetzt lasse ich das aber. Und jetzt kommen wir zu unseren Blümchen. Die Farbe ist wirklich schön. Bloß die quillt bei mir so ein bisschen aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe langsam die Ahnung, dass das wirklich am Papier liegt. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich nehme jetzt mal das Himmelblau. Weil irgendwie habe ich nichts zartes Blaues. Komisch. Sehr, sehr komisch. Also einmal Himmelblau und verteile die jetzt hier mal so ein bisschen. Gucken, ob ich das hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Denn wir brauchen ja dann noch Stanzblumen. Das ist doch sehr, sehr bläulich. Ich hätte halt was richtig hellblaues gehabt. Gern gehabt. Meine Güte. Reden kann sie wieder nicht. Aber wie ich ja immer so gern sage. Es ist ja nicht die letzte Karte. Das macht ja dann nichts. So. Ich hätte natürlich die Blumen auch vorher abstempeln können. Aber hey, ihr wisst, ich bin ein bisschen faul. So. Haben wir das schon mal? Eigentlich können wir das jetzt auch schon aufkleben. Schnell da noch einen hingesetzt. Hat mir was gefehlt. Ja, wir kleben das jetzt schon mal auf. Denn der Rest kommt nur noch drauf. So. Also einmal hier das Kraftpapier. Dann die Mattung. Einmal ein Kleberchen. Und das setzen wir höher. Machen wir drei D-Punkte drunter. So. Hier ein paar. Und schon ist wieder ein Blatt leer. Da seht ihr mal. Ich esse die Dinger. Ich verbastle die gar nicht. Sondern ich esse die zwischendurch. So schnell wie die bei mir weggehen. Na gut, okay. Ich setze auch ein bisschen mehr hin. Wie andere. Weil ich halt schon gemerkt habe, dass wenn nicht genügend drunter sind. Und die Karte mal am Tag liegt. Dass es dann durchhängt. Und das finde ich nicht so schön. Kommen wir zu den Blümchen. Und jetzt bin ich am überlegen, was ich nutze. Entweder diese oder die Martha Stewart Handstanze. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube, das wird wieder die werden. Und es stanzen mir jetzt ein paar weiße und ein paar blaue Blümchen aus. Das ist ein anderer Blauton. Der ist ein bisschen heller. Ich dachte mir, das könnte vielleicht gut aussehen. Man könnte natürlich auch denselben Ton nehmen. Jetzt werde ich mir die einmal alle zurecht. drücken. Also ich drücke hier einmal rein, damit die so ein bisschen hochkommen. So, alle zurecht gebogen. Und ich habe mir auch schon mal ein Schleifchen aus Leinenfaden gemacht. Und würde die jetzt hier mal so verteilen. Ich gucke mir das mal an, wie und wo was hinkommt. Ich kann ja hier einfach mal irgendwo was hinlegen, wo es am ehesten passen könnte. Also ich habe die jetzt schon mal aufgeklebt. Und jetzt nehme ich mal mein Schleifchen und versuche das mal hier unten drunter reinzudrücken, damit das so ein bisschen noch rausguckt. Und ich habe extra auch die Bänder länger gelassen, dass ich mir die dann zurechtschneiden kann. So. Das sieht ja ganz gut aus. So. Und jetzt ein bisschen abschneiden. Wollen wir gar nicht so viel machen. Ich finde das ganz hübsch, wenn man so ein bisschen rausguckt. So. Und hier auch noch mal. Okay. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch welche setzen oder ob das reicht. Die kriegen jetzt erstmal noch eine kleine Blume rein. So. Dann nehme ich jetzt noch eine große blaue. Die kommt jetzt hier hin. Schwupp. Noch eine kleine rein. Muss man ja nicht machen, aber ich finde das immer ganz hübsch, wenn man noch eine kleine mit drin hockt. Ich habe mir jetzt noch so Holzteilchen rausgesucht, weil ich finde, die passen noch ganz gut dazu. Weil wir haben ja braun und wenn man da noch mal ein bisschen Holz reinpackt, ist das eigentlich ganz hübsch. Und hatte mir jetzt gedacht, Moment, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Diesen hier. Genau. Der kommt hier rein. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie ich den hier reingefummelt kriege. Dann muss die Blume pflanzen. Ja, das ist eine Pflanze. Muss die Blume mal ein bisschen weichen. Ein bisschen Kleber hier drauf. Oh, ich habe den neu befüllt. Ah, da kommt schon von alleine raus. Ach, feiner Kleber. So, und jetzt hier einmal unter das Schleifchen und unter die Blume so ein bisschen schieben. Ja. Und dann habe ich hier noch zwei kleine, die so aussehen wie, ja, entweder Blätter oder Blüten. Und die packe ich jetzt hier noch hin, eine hier hin und eine dorthin. und dann gucken, ob wir noch irgendwie kleine verteilen. Ein paar kleine Blüten. Also diese hier. So dachte ich mir das. Ja, zwei, drei kleine Blüten mache ich noch hin. Machen wir hier noch eine weiße. Machen wir hier noch eine weiße. Heiß, hellblau müssen wir ja nicht machen. Die haben ja gestempelt. So. Bevor ich jetzt weitermache, mache ich erst mal den Spruch, weil den muss ich ja irgendwo noch mit einfummeln. Ne? Am besten irgendwo hier oder dort und dann vielleicht da noch ein kleines Blümchen mit draufkleben. Wäre gar nicht schlecht. Also brauchen wir erst mal einen Spruch. Ich nehme jetzt hierfür einfach mal alles Gute. Die Karte kann man ja für so gut wie alles benutzen. Und ja, jetzt ist die Frage, entweder schwarz oder dunkelblau. Nehmen wir hier den Rest, den ich hier noch habe. Ähm, hm. Ich würde fast beides stempeln, um zu gucken, was besser aussieht. Ah, vielleicht mache ich das sogar. Machen wir erst mal dunkelblau. Ich habe hier ein Petrol. Mal gucken, ob das gut aussieht. Ich weiß es nicht. Ich könnte auch was von den Distress Oxiden nehmen. Ginge auch. Da habe ich ja auch einen dunkelblau. Nehmen wir erst mal das und schauen uns das an. Kann natürlich sein, dass schwarz am besten wirkt. Aber das sieht schon ganz gut aus. Ich schneide mir das mal zurecht und dann halte ich es mal an. Ja, das sieht gut aus. Schaut mal. Das sieht doch, ja, wunderbar. Gut, lassen wir das. Also dunkelblau war eine gute Wahl. Dann kann das einmal weg. Und dann können wir das auch schon aufkleben. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Ich denke mal wirklich hier so in dieses Gestrüpp mit rein. Ich packe das wieder höher. Kennt ihr ja von mir. Zwei von den Kleinen hier drauf. Und dann einmal mit ins Gestrüpp. Das sieht gerade hier an jeder Stelle gut aus. Aber ich packe es jetzt mal hier so mit hin. Moment. Hier. Hier. Da sitzt es gut. Ich habe hier und dort noch ein Blümchen gesetzt und jetzt können wir eigentlich auch schon dekorieren. beziehungsweise die Blumen brauchen ja auch noch im Innenleben. Aha. Ich nehme dafür gern das Ivory Seashell. Das passt irgendwie am besten. Das sieht aus wie eine Perle. Und werde jetzt die Blümchen damit versehen. Und wahrscheinlich packe ich auch überall noch dazwischen. Welche hin? Die Großen kriegen große Punkte. Die Kleinen kriegen kleine Punkte. Moment. Da war noch Luft drin. Und dann, wie gesagt, vielleicht noch zwischen den ganzen Blumen. So. Da ein großer Blatschen. Und hier ein großer Blatschen. Ihr Lieben. Wir haben fertig. Ich habe mich gerade so richtig ausgetobt. Ich werde es euch zeigen. Schaut mal. Und wer jetzt Lust hat, kann gerne mal die Nouveau sehen. Ihr seht. Ich habe wirklich viele gesetzt. Ich finde das aber auch so, so schön. Ich weiß nicht. Das passt wirklich richtig gut zu der Karte. Wenn man ein paar mehr setzt. Also bei denen muss man wirklich nicht aufpassen. Ich hätte sogar noch mehr setzen können. Aber ich will ja nicht übertreiben. Ich finde die Karte so süß. Und die ist so schön schnell gemacht. Und ihr könnt ja auch wieder die Farbe variieren. Macht das in grünen Tönen. Oder macht das in rosatönen. Oder gelb. Oh, gelb wäre auch sehr, sehr schön. Ich sehe gerade dieses Himmelblau, was ich benutze. Das passt mir wirklich nicht zu dem anderen Blau. Aber so störend finde ich es nicht. Aber ich brauche mal einen anderen Blauton. Ihr Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ansonsten wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.